Sehen wir den Start eines neuen Themenbereichs und zwar nämlich Sport auf der Vivi App. Außerdem kommt Stargate auf die Vivi App und wird ihre ersten Collectables releasen mit drei wirklich unfassbar coolen Collectables. Außerdem gibt es noch eine ganz kurze Korrektur zum letzten Video, das und auch auf jeden Fall sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten würde ich auf jeden Fall gerne mit dem letzten Video, was ich rausgebracht habe. Und zwar nämlich BitForex pleite bzw. Scam 22 Milliarden Token weg? Das Ganze ist weiterhin auf jeden Fall ein großes Thema unter den Leuten und da gibt es auch momentan noch keine News. Was es aber gab und das habe ich in meinem Video auch vorgestellt und das möchte ich hier auch ganz klar revidieren, ist nämlich die Aussage von einem Twitter Account, in dem Fall von ZagXBT, der meinte, dass wohl hier 56 Millionen US-Dollar geklaut wurden. Das stimmt tatsächlich so nicht. Der Dr. Profit hat das Ganze hier nochmal nachgeprüft und es sind nur sozusagen 3,5 Millionen hier auch nochmal mit den Transaktionen aufgeführt, was auch noch halbwegs in Ordnung ist. Auf jeden Fall 3,5 Millionen ist jetzt nicht die Welt. Es ist trotzdem spannend auf jeden Fall zu sehen, wie viel Fake News hier auch tatsächlich umherschwirren. Deswegen tut mir leid auf jeden Fall für den letzten, ja, nicht richtigen Post. Hier, da sind hier meiner Meinung nach eher richtige Zahlen. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da dann in der Entwicklung weiter passieren wird, was das Thema OMI-Token und auch BitForex angeht. Ich werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ja, es gab in den letzten Tagen immer mal wieder mehr und mehr FUD. Zum Beispiel, dass plötzlich OKEX irgendwelche Leute gesperrt haben sollte. Das stimmt natürlich so nicht. Ich habe es auch selber ausprobiert und dementsprechend, ja, und habe tatsächlich auch selber gekauft. Von daher kann ich es auch so bestätigen. Ansonsten, ja, ist es momentan tatsächlich ein Up and Down. Es kommt immer wieder so ein bisschen FUD rein. Es wird viel diskutiert über den Token auch. Und ja, Randy hat das ganz gut hier nochmal zusammengefasst. Let's not forget that money in the stock and crypto markets don't go from the poor to the rich. It flows from the impatient to the patient. Which one are you? Also, er sagt im Prinzip, dass Geld im Kryptomarkt wie auch im Stockmarkt, also im Aktienmarkt, im Prinzip nicht von den Armen zu den Reichen oder andersrum geht, sondern von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Und dementsprechend, ich denke mal, also ich würde mich auf jeden Fall hier zu der geduldigen Seite zählen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne rein, wer ihr seid. Seid ihr geduldig oder ungeduldig? Mich würde es auf jeden Fall mal sehr interessieren, aber ich denke, man sollte hier auf jeden Fall Geduld haben. Denn wenn man sich jetzt auch nochmal den Omikurs anschaut. Wir hatten jetzt hier nochmal ein Dip in diese Zone rein, haben wunderschön rausreagiert, sind jetzt hier derzeit knapp mit 20% im Plus. Im Top waren es sogar 27. Und jetzt gilt es auf jeden Fall zu sehen, wie er sich weiterentwickelt wird, ob er weiter nach oben geht oder nicht. Ich persönlich habe zum Beispiel hier auch nochmal eingekauft gehabt. Also ich bin auf jeden Fall jetzt tatsächlich erstmal sehr gut vorbereitet für den Bullenmarkt auch bei Omi und bin auf jeden Fall geduldig. Ist das hier, was ihr jetzt hier seht, der Start in das Thema Sport, beziehungsweise in den Themenbereich Sport. Denn das, was ihr jetzt hier seht, ist ein Screenshot. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der ganz legitim ist, aber der Dr. Profit hat das geteilt. Für mich sieht es jedenfalls nicht so aus, als wenn das jetzt hier Fake wäre. Und zwar nämlich Hashtag Team Parker Digital Collectibles. Und das Ganze wird wohl hier am 13. März um 17. deutscher Zeit droppen. Und ja, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, wir sehen hier Boxhandschuhe. Also dementsprechend kann jeder, der jetzt hier auf jeden Fall noch nicht den Typ kennt, wissen, okay, das ist ein Boxer. Erstmal übrigens sehr, sehr cool hier gemacht mit Team Parker und Vivi. Sehr, sehr nice. Wenn wir uns jetzt mal hier seinen Account anschauen, insgesamt 370.000 Follower hier auf Instagram. Außerdem Vivi followed ihm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Ankündigung hier wohl ein Fehler war, aus Versehen zu früh rausgebracht wurde. Und irgendjemand halt den Screenshot erwischt hat. Also auf jeden Fall sehr, sehr positiv meiner Meinung nach. Und ist hier tatsächlich auch ein Boxer im Prinzip und Sportler. Und dementsprechend möglicherweise auch der Beginn in die neue Kategorie Sport. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir noch alles zu sehen werden. Ich persönlich finde es super, super cool, dass wir solche Boxhandschuhe beispielsweise bekommen. Ich würde mich zum Beispiel auch mega darüber freuen, wenn wir sowas sehen sollen. Zum Beispiel von Mohamed Ali beispielsweise oder noch von anderen Leuten. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier wirklich der Beginn für die neue Kategorie sein könnte. Kommen wir noch nun zum nächsten Drop und zwar nämlich von Stargate. Das Ganze wird hier von MGM droppen. MGM haben wir schon länger auf der Plattform und deswegen hier auch an dieser Stelle kein neuer Lizenzgeber. Und zwar wird das Ganze hier am 2. März um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das heißt am Samstag auch schon. Das Ganze wird hier mit insgesamt drei Collectibles droppen. Und einmal diesem sehr, sehr coolen Stargate. Das wird außerdem animiert und auch mit Sound sein. Und wir haben jetzt hier eine ganz kurze Preview einmal, wie das Ganze aussieht. Ich persönlich, ich finde es super, super cool. Und ich glaube, es wird auch extrem beliebt sein, dass es einfach wirklich unfassbar cool animiert ist. Also von daher für mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr cool gemacht. Grafisch gesehen auch sieht das sehr, sehr gut aus. Und das Ganze wird auch nur 35 Gems kosten und eine Editionzahl von 1997 Stück haben, eine Rare sein und eine First Edition natürlich. Ansonsten kommen wir zum nächsten Collectible. Das wird hier Horus sein, eine Ultra Rare und das Ganze wird auch eine Editionzahl nur von 797 sein. Natürlich auch hier an dieser Stelle eine First Appearance. Ansonsten kommen wir noch zum letzten Collectible. Und zwar wird es Anubis sein mit einer Editionzahl von gerade mal 297 Stück, was wirklich verdammt wenig ist. Und hier wird auch die First Public Mint die 21 sein. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung meiner Meinung nach, dass wir hier gerade immer mehr Collectibles sehen, die nicht bei der 41 starten, sondern bei der 21. Ob wir es tatsächlich auch im Bullenmarkt so sehen werden. Wenn wir mehr Collectibles haben, beziehungsweise mehr Edition Size haben, das wird man sehen. Aber das könnte auf jeden Fall für den einen oder anderen hier wirklich äußerst interessant sein. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.